Hallo meine Lieben, unsere Instagram-Leute sind auf jeden Fall schon mal live. Jetzt gucke ich gerade, ob hier auf Facebook auch alles in Ordnung ist. Ich sehe zumindest, dass ich live bin, das ist ja schon mal gut. Yay, vielleicht hier auch auf Instagram oder auf Facebook. Sagt nur, gebt mir mal kurz ein Zeichen, dass ihr mich gut hören und sehen könnt. Damit ich das mal hier kurz anschauen möchte. Und ja, ein Gruß habe ich bekommen von der lieben Barbara. Schön, dass du wieder dabei bist, liebe Barbara. Freut mich megamäßig. Sehr schön. Ja, erstmal ein großes Hallo an alle. Voll schön, dass ihr dabei seid. Auch nochmal hier in unsere Insta-Leute. Wenn ihr wollt, kommt mit rüber in die Facebook-Gruppe. Einfach darum, weil ich da einfach besser mit euch interagieren kann. Ich habe da nämlich, huch, gestern, nee, heute Morgen noch schnell, also für mich war es morgen, für euch war es, glaube ich, schon mittags, kurz eine Umfrage reingestellt, was denn eure größte Herausforderung ist. Und ich lasse die auch noch ein bisschen stehen. Also für alle, die dabei sind jetzt, ich lasse die euch noch ein bisschen stehen. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen kurzfristig war, haben bisher natürlich nur eine Person geantwortet. Aber ich finde es witzig, weil es eben genau passend war zu dem heutigen Thema, wo ich eben mit euch darüber sprechen möchte. Wir wollen ja hier darüber sprechen, wie das ist, mit erfüllter, leichter Leben, mit Freude, dem zu folgen, was sich halt für uns einfach richtig anfühlt und gut anfühlt. Und ursprünglich hatte ich heute betitelt mit Wie bringe ich mehr Erfüllung in meinen Alltag? Und da passt es aber trotzdem mit dazu. Nämlich der Punkt, der bei den meisten, also bei der einen Person, die mitgeschrieben hat, angesprochen wurde, als größte Herausforderung momentan für ein erfülltes Leben, tatsächlich die Unsicherheiten sind. Und wie gesagt, für die, die sich das jetzt später nochmal angucken, geht man mit in die Umfrage und schreibt mal mit rein, was es für euch ist, ob es auch die Unsicherheiten sind. Aber es soll ja auch Mehrfachnennung möglich sein. Das heißt, wenn es auch noch was anderes ist, schreibt es mit rein. Aber heute werde ich tatsächlich über die Unsicherheiten sprechen. Weil, wie gesagt, ein Punkt, den wir haben, der manchmal echt schwierig ist, erfüllter zu leben, sind einfach die Unsicherheiten. Weil wir uns denken, ich würde gerne meinem Herzen folgen, ich würde gerne das und das machen. Und traue mich aber nicht, es zu tun, weil es so viele Unsicherheiten im Hintergrund gibt. Es gibt da so vieles, was schieflaufen könnte, was nicht gut wäre. Wo immer wieder natürlich dann auch unsere Glaubenssätze mit reinkommen. Was hält meine Familie davon? Oder was werden Freunde dazu sagen? Oder was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich es nicht gut mache? Und das Spannende dabei ist halt tatsächlich, dass es damit anfängt, dass wir uns Dinge nicht trauen, weil wir uns selbst unsicher sind. Deswegen fand ich es sehr spannend, dass eben heute die eine Person, ich weiß, ich habe gar nicht geschaut, wer das war, aber auf jeden Fall dieser Punkt mit den Unsicherheiten genannt wurde. Und das Krasse ist, es gibt eigentlich eine ganz einfache, schnelle Lösung, diese Unsicherheiten loszuwerden. Das Doofe ist nur, dass wir sie meistens nicht anwenden. Und ich sage extra wir, weil auch ich mich manchmal entdecke, wie ich das gerne manchmal zur Seite schiebe. Aber das ist einfach so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den sage ich euch gleich, ich verrate es euch. Nämlich, wie sagt man, ich nenne das, ich habe es schon echt, glaube ich, unterschiedlich genannt. Ich habe es mal Beweistagebuch genannt, Evidence Journey, Journal. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal Lebenslauf genannt. Also wer von euch schon mal bei meiner Ich-kann-das-Challenge mitgemacht hat, da hatten wir auch darüber gesprochen. Nämlich, wenn wir uns mal eine Liste machen, und ich empfehle wirklich vielleicht beim ersten Mal eine große Liste zu machen, wie einen Lebenslauf. Stell dir vor, du schreibst einen Lebenslauf, nur dass du halt eben nicht eine Firma, wie sagt man, nicht Berufswege reinschreibst, sondern du schreibst rein, was du alles schon erreicht hast. Auf persönlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, wo du schon Dinge entwickelt hast, wo du Ängste überwunden hast, ja. Und da kommen auch so Kleinigkeiten, also ich nenne es mal Kleinigkeiten, Kleinigkeiten mit rein, wie zum Beispiel Freundschaften schließen. Da kommen, also ich nenne es mal Kleinigkeiten, aber es ist was Großartiges. Wenn du es geschafft hast, dich von jemandem zu trennen vielleicht auch. Weil das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Nicht jeder schafft eine Trennung gut, aber du hast sie ja mal geschafft. Du hast es geschafft, neue Freundschaften zu kreieren. Du hast es geschafft, in der Schule durchzukommen. Egal was jetzt von wem auch immer die Meinung ist, was, wie sagt man, danke, Kirst, schön, dass du dabei bist. Cool, dass es bei dir auch ist. Ich hoffe, das hilft dir jetzt auch erstmal ein bisschen weiter. Also es geht darum, einfach wirklich sich selbst bewusst zu machen, was habe ich eigentlich alles schon geschafft. Weil das Ding ist, wir fühlen uns unsicher, weil wir denken, wir können es nicht. Und wir hatten ja gestern schon den Punkt, dass eins der wichtigsten Dinge ist, ein erfülltes Leben zu führen, ist, wenn wir selber uns selbst besser kennenlernen, uns selbst besser annehmen und uns selbst besser kennen einfach, indem wir uns selbst einfach besser kennenlernen. Und das Ding ist aber, und da nehme ich auch wieder alle Menschen dazu mit rein, wir tendieren dazu, immer nur das zu sehen, was wir nicht können. Und indem wir uns aber darauf fokussieren, was wir nicht können, was passiert dann? Dann ist natürlich, wenn ich vor einer neuen Herausforderung stehe, wie zum Beispiel, ich möchte ja ein erfüllter Leben, passiert mir das dann, dass ich da sitze und mir denke, ja, blöd, hätte ich gern, aber wie denn? Also, kann ich ja nicht, weil ich sehe ja nur alles, was ich nicht geschafft habe, was ich nicht kann. Und deswegen finde ich diesen Evidence Journal oder wie sagt man, Lebenslauf, machst als erstes Mal vielleicht wirklich als Lebenslauf ein bisschen länger und schnapp dir dann einfach da ein paar Sachen raus, wo du sagst, krass, dass ich das geschafft habe, das ist eigentlich echt cool. Jetzt gerade wie meine Haare hier hinten sind. Weißt du, was ich meine? Und indem du da reingehst und einfach anfängst mal aufzuschreiben, was kann ich alles, was habe ich alles geschafft und dich auch immer wieder bewusst daran erinnerst, dass du das kannst und dass du das geschafft hast. Was denkst du, wie cool das ist? Was denkst du, wie viel es deinem Selbstwertgefühl hilft? Was denkst du, wie viel es deiner Selbstliebe hilft? Zu wissen, was du alles schon kannst. Was denkst du, wie viel es deiner Unsicherheit abtut oder wie sagt man, klein macht oder weg macht? Weil du dir bewusst machst, warte mal, die neue Herausforderung, was auch immer sie sein möge, kann, kann, ne, da gibt es ja einiges, was es sein könnte, aber wenn du dann einfach weißt, du hast es ja schon mal geschafft, du hast es ja schon mal gemacht, warum sollte es jetzt anders sein? Dein Kopf möchte dir sagen, weil du vielleicht irgendeine Erfahrung gemacht hast, die nicht so schön war, eine Erfahrung, ja, die vielleicht auch verletzend war und du möchtest es nicht mehr wiederholen, deswegen kommt dein Kopf immer an und sagt, nein, 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 das geht gar nicht. Weil wenn du von vornherein schon sagst, das geht gar nicht, dann kannst du ja auch nicht enttäuscht werden, stimmt? Das ist eigentlich echt fies. Und das Ding ist aber, wenn wir uns aber auf die Sachen fokussieren, die funktionieren, die gehen, ja, mal abgesehen davon, dass wir uns selber dann auch stärker, oh Gott, oh, Entschuldigung, da flog gerade was. Aber das Ding ist halt, wenn du dich darauf fokussierst, was du alles kannst, ja, ich sag ja, da kommt dir so ein Rattenschwanz mit dabei, weil du dich selber wohler fühlst, du weißt, dass du selber stärker bist, du selber mehr Selbstbewusstsein hast, ja, und du selber auch siehst, was du kannst. Und das Coole ist immer, weil ich finde das so schön, für mich eins von den Sachen, die super, super wichtig sind, ist, dass wir auch erkennen, dass jeder von uns ein Superheld ist. Jeder von uns ist ein Superheld. Und jeder von uns, danke liebe Kirsten für das Gesundheit, jeder von uns hat die Möglichkeit, seine Superpower zu leben. Und für mich ist tatsächlich wirklich, wie sagt man, in einem erfüllten Leben lebt, jeder von uns seine Superpower, seinen Supertalent. Wie gesagt, das ist bei jedem natürlich unterschiedlich. Jeder hat eine andere Superpower. Und es fängt manchmal mit Kleinigkeiten an. Ich weiß noch, wo ich mein Superpower entdeckt habe. Mein Superpower war tatsächlich, wenn jemanden ganz traurig war und vielleicht sogar geweint hat, war das damals schon quasi so einen Raum zu schaffen, in dem dieser Mensch dann lachen konnte zum Schluss und sich besser gefühlt hat. Das war so, wie ich meinen Superpower entdeckt habe. Und das darf aber so sein. Jeder von uns hat das. Wie oft ist dir das schon mal passiert, dass du vielleicht irgendwas immer wieder mal machst mit anderen Menschen und die sich dann deswegen besser fühlen oder wohler fühlen. Überleg mal, das ist dein Superpower. Und wie sagt man, acknowledge it. Gib dem Ganzen einen Raum dafür. Nimm es wahr und erlaub dir zu sagen, ja, ich habe eine Superpower. Ich war eine verdammt gute Assistentin früher. Hey, mein Supertalent ist organisieren. Ich kann super gut organisieren. Wie sieht es bei euch aus? Und das sind Dinge, die ich aus meinem Lebenslauf herausgeholt habe. Und wenn du diese Sachen noch mehr hervorholst, dann werden die Unsicherheiten immer kleiner. Weil dann kannst du dich ja fragen, was ist denn deine Unsicherheit gewesen? Was war denn die Unsicherheit, die du hast? Was war denn das, was dich da so, wo du dich da gewundert hast, wo du dich gefragt hast, ist es das? Schaffe ich das? Kann ich das? Ja, weil wer weiß, vielleicht ist für dich erfüllter Leben zum Beispiel vielleicht einen anderen oder neuen Beruf anzufangen. Dann guck nach hinten, guck auf deinen Lebenslauf. Wie oft hast du schon einen neuen Beruf angefangen? Wie oft hast du dich schon neu eingerichtet? Neu nach, wie sagt man, ausgerichtet auf einen neuen Job? Warum sollte es jetzt bei dem jetzt anders sein? Es gibt Dinge, da sagen wir uns, ich sage jetzt einfach mal so Sätze, die ich mal von meinen Kunden auch mal gehört habe. Ich bin nicht gut genug und dann hat man diese Unsicherheit. Bin ich denn gut genug, wenn ich das mache? Deswegen sage ich ja, schau nach hinten, schau auf deinen Lebenslauf, schau auf, was du alles schon erreicht hast und guck mal, wo du überall gut genug schon warst und sogar mehr als gut genug, weil jeder von uns hat bestimmt nicht nur 100% gegeben, sondern 120, 180% gegeben. Und es ist spannend, sich diese Liste mal anzugucken. Deswegen heute steht alles im Sinne von wirklich reingucken, was kannst du alles, was schaffst du alles und diese Liste darf wachsen, sie darf sich verändern. Man darf auch Sachen überprüfen und anschauen. Ich weiß, dass ich unheimlich gut, also ich gebe euch einfach mal Beispiele aus meinem Leben und hoffe, dass ihr für euch da rausziehen könnt. Ich habe zum Beispiel auf meinem spirituellen Weg haben ganz, ganz viele geistige Helfer, Seher und so weiter immer wieder mal zu mir gesagt, ja, du musst mit den Händen arbeiten. Deswegen hatte ich ja mit Shiatsu-Massage angefangen und später dann auch Lomi-Massage und Energiearbeit überhaupt im Allgemeinen. Und deswegen, ich weiß schon, dass ein Teil meiner Superpower in den Händen liegt. Allerdings ist es nicht etwas, was mich erfüllt hat, zumindest nicht auf täglicher Basis. Ich liebe es immer noch, meiner Familie eine Lomi-Massage zu schenken, meiner Mama oder meiner Schwester. Und habe deswegen auch noch eine Liege zu Hause. Aber es ist nicht etwas, was ich jeden Tag machen möchte. Habe ich aber auch erst rausgefunden, als ich es angefangen habe, es zu machen. Und dann kam natürlich die Frage, ja, aber die haben doch alle gesagt, da kommt wieder, was andere uns sagen, die haben doch alle gesagt, meine Superpower liegt in den Händen. Ich habe sie ja trotzdem noch. Ich lebe sie nur anders aus. Und das Ding ist, desto offener wir selber, das habe ich gestern ja auch schon gesagt, desto offener wir selber mit uns selbst sind, mit allem, was wir tun, desto besser wir uns selbst kennenlernen, desto besser wir uns erlauben, das zu sein, was wir sein wollen. Und das aber auch erkennen, also uns wirklich öffnen dafür, desto besser können wir uns dann ausrichten. Ich übe heute immer noch meine Superpower mit den Händen aus. Hier, wenn ich mit euch spreche, ich bin jemand, der redet mit den Händen mit, da geht die Energie auch mit rein. Wenn ich meine Webseiten bastle, dann geht da auch was mit rein. Ich habe gemeinsam mit meiner Schwester, das hatte ich, glaube ich, gestern schon angekündigt, heute sind wir übrigens live gegangen, ich setze es euch nachher gleich mal hier in die Kommentare. Für die, die auf Instagram schauen, geht mal in mein Profile, weil mein Linktree ist, glaube ich, der zweite Punkt, nämlich der T-Shirt-Shop, den ich mit meiner Schwester kreiert habe. Da geht die Energie auch über meine Hände auf den Computer, übertragen in die Welt hinaus, ins Internet. Und was passiert damit? Richtig coole T-Shirts mit coolen Worten, positive Affirmationen, die man in die Welt hinaustragen kann. Wie cool ist das denn? Kann ich aber nur, weil ich mich geöffnet habe, dass ich nicht nur eine Definition habe. Und da kommt nämlich auch der zweite Punkt, den ich heute besprechen wollte, nämlich nicht nur die Unsicherheiten, sondern auch immer wieder unsere Definition, was wir eigentlich, wie oft wir selber uns versuchen, in irgendwelche Kästen zu packen, weil wir irgendwas definieren müssen, weil wir irgendwas festmachen müssen. Ich hatte das, ich habe heute das Gespräch gehabt, weil ich bin, ich kann es euch ja schon mal erzählen, nächste Woche bin ich beim Darmkränzchen von der lieben Sabine Jungbass eingeladen, freue ich mich schon riesig drauf, werde ich euch aber nochmal gesondert dazu Bescheid geben. Und sie hat mich auch gefragt, welche Definition darf ich denn dahin tun? Ich bin Wandelcoach, wenn ich gerade mit jemandem sitze und One-to-One-Coaching mache, oder auch hier mit euch, mache ich Wandelcoaching. Sonst bin ich digitale Nomadin, weil ich ja auch reise, und weil ich ja auch jetzt T-Shirts mache, bin ich jetzt T-Shirt-Besitzer, T-Shirt-Shop-Besitzerin. Aber das kann vielleicht morgen anders werden, vielleicht nicht gleich morgen, aber übermorgen. Und das Ding ist aber, dass wir uns so oft versuchen, eben in so Kästen reinzupacken. Und das ist ja wichtig, deswegen, ich wollte ja, dass ihr euch in Kästen reinpackt, jetzt erstmal, für eure Superpowers. Aber euch auch bewusst macht, umgekehrt habt ihr vielleicht aber Kisten reingemacht, die euch nicht erlauben, das wirklich zu leben und zu sehen, was da drin steckt. Und das gibt uns ja auch bei Unsicherheit, weil wir Angst haben, vielleicht was Neues auszuprobieren. Das Ding ist aber, wenn du zurückschaust, ist es gar nicht so neu, ist es vielleicht ein anderes Umfeld, aber die Erfahrung wird ähnlich sein, wie das, was du vorher schon mal gemacht hast. Und ein Punkt, der dir vielleicht auch auffallen wird, wenn du nämlich anfängst, mal deinen Lebenslauf anzuschauen, du darfst dich selbst feiern, du darfst dich selbst groß darstellen. Das, was da drin steht, ist großartig, weil du bist großartig. Du hast ganz viel geschafft in deinem Leben und du kannst es. Und das steht da drin. Und du darfst dich feiern. Du darfst aber auch darauf achten, wo hast du vielleicht, nicht durch Verletzungen dich selbst in eine Kiste gepackt, in der du jetzt gerade drin steckst und aber eigentlich gar nicht mehr drin sein möchtest, aus der du vielleicht raus möchtest. Und damit meine ich grundsätzlich sämtliche Bewertungen, weil wir bewerten uns, dass wir irgendwas nicht gut können, dass wir irgendwas nicht richtig machen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, dass wir nicht liebenswert sind. Und das sind aber Bewertungen, die wir irgendwann mal für uns kreiert haben. und ich bin der Meinung, dass es eigentlich hauptsächlich irgendwann mal passiert ist, weil wir uns schützen wollen vor Verletzungen. Das Doofe ist nur aber, wenn wir immer in dieser Verletzungserwartung leben, dann passiert auch nur das. Dann ziehen wir auch genau das an. Dann ziehen wir genau diese Verletzungen an. Und das ist halt nicht so lustig. Und das ist blöd. Gut, da werden wir aber auch noch mal jetzt in der Woche ein bisschen mehr darüber sprechen, was wir dann damit machen. Aber erst mal geht es ja weiterhin, so wie gestern ja auch, um die Wahrnehmung. Und jetzt darfst du dich aber feiern. Darfst du einfach mal gucken, was du alles schon geschafft hast. Weil das wird dir helfen, tatsächlich deine Unsicherheiten zu lösen. Dass du besser, du selbst dich noch besser kennenlernst. Weil das Ding ist, und ich weiß, weil bestimmt viele sagen, ja, aber ich kenne mich doch schon. Ja, kennst du schon. Das Ding ist nur, du guckst bei dir aber eben nur auf die Sachen, die nicht so toll sind. Und ich möchte gerne, dass du heute übst, dich selbst zu zelebrieren, das, was du schon geschafft hast, dir in den Vordergrund zu bringen. Weil dadurch wirst du erkennen, ganz ehrlich, wenn du das schon kannst, ja, da muss ich jetzt doch mal die Pippi Langstrumpf raushauen. Pippi Langstrumpf sagt doch auch, ich habe das zuvor noch nie gemacht, also weiß ich, dass ich es kann. Und das Ding ist aber, wenn du siehst, dass du sogar schon Sachen gemacht hast und du sie geschafft hast, dann hast du es doch noch klarer, oder? Wenn du den Glauben wie Pippi hast, Pippi Langstrumpf, etwas ganz Unbekanntes, ihr habt noch nie gemacht, also kann ich es bestimmt. Ist doch super, da so reinzugehen. Das Ding ist aber, dass wir natürlich als Menschen einfach Erfahrungen haben und deswegen hast du irgendwas in deiner Vergangenheit erlebt, deswegen gehe ich immer so nach hinten, in deiner Vergangenheit erlebt, wo du irgendwas vielleicht geschafft, nicht geschafft hast. Guck mal rein, du wirst ganz viele Schätze finden von Dingen, die du geschafft hast. Und wenn du dir die immer wieder vor Augen führst, dann wirst du sehen, dass du alles, was da vorne kommt, also in der Zukunft hin kommt, auch schaffst. Sehr schön. Freue ich mich richtig. Also habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Thema mit den Unsicherheiten. Ich freue mich auch schon riesig auf das Thema morgen, weil morgen möchte ich mit euch ein ganz, ganz wichtiges Tool mit reingeben, was einem wirklich helfen kann, ins Tun zu kommen und überhaupt, was auch immer wir machen, das ist eigentlich so der allererste Schritt, der passiert und da freue ich mich schon richtig drauf, morgen mit euch darüber zu sprechen. Aber ich freue mich natürlich von euch zu hören. Also für die auf Instagram, bitte kommt in die Facebook-Gruppe, weil dort ist die Umfrage drin und ich freue mich, wenn ihr quasi hier auch, liebe Facebook-Community in der Wandelschule, Facebook-Gruppe, schreibt mir mal hier in der Umfrage, die ich heute reingestellt habe, schreibt mir mal eure größten Herausforderungen rein. Ich möchte nämlich gerne gucken, vielleicht sprechen wir morgen gleich mal darüber oder vielleicht habe ich es tatsächlich sowieso schon in der Planung für die Woche drin. Aber wie gesagt, es würde mich mal interessieren, vielleicht kommt ja auch was Neues von euch. Wir sind ja offen für alles. Genau, in diesem Sinne möchte ich euch mal für heute lassen. Also wenn ihr wollt, Aufgabe für heute, schreibt euch eine Liste von all den tollen Dingen, die ihr könnt, die ihr könnt, was ihr alles schon geschafft habt. Freundschaften, die ihr kreiert habt, Menschen, die ihr losgelassen habt, Berufe, die ihr gewechselt habt, Berufungen, die ihr gewechselt habt. Vielleicht auch in einem Freundeskreis erzählen, ich möchte das ganz anders machen. Und dann habt ihr es gemacht und der Freundeskreis ist trotzdem da gewesen, geblieben. Ja, ein Tag des Zelebrierens. So möchte ich auf jeden Fall, würde ich mich freuen, schreibt mal auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch ein bisschen hier in den Kommentaren mitschreibt und mir erzählt, wie es euch gefallen hat beziehungsweise was für euch so das größte Take-away, sagt man im Englischen, was so das Größte war, was ihr damit rausgenommen habt. Oder die größte Erkenntnis, sage ich jetzt mal, von dem heutigen Video. Und dann freue ich mich mit euch morgen, morgen dann bitte um 18 Uhr. Morgen ist der einzige Tag in der Woche, wo ich leider schon ein bisschen früher loslegen muss, weil ein anderer Termin dazwischen gekommen ist. freue ich mich morgen um 18 Uhr. Für jeden, der Lust hat, positive Vibes als T-Shirts zu haben, lade ich ein. Ich lege es in die Kommentare hier in der Facebook-Gruppe und für alle, die auf Instagram gucken, schaut einfach in meinem Profil, der zweite Link ist es. Ich freue mich riesig. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht sind da ein paar T-Shirts dabei, die euch taugen und gefallen. Und sind sie mir gerade an der Panik gekommen. Mache ich euch gleich fertig. Genau, auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen. Ist eine coole Geschichte. Da wird es bestimmt auch noch ein paar, wie sagt man, Aktionen geben. Aber jetzt erst mal für euch einen schönen Abend. Ich freue mich riesig. Wenn euch das weiterhilft, schon mal euch selbst zu zelebrieren, wirklich in das Positive reinzugehen. Wie gesagt, das ist eines der wichtigsten Dinge auch auf dem Weg. Und ich hoffe, ich habe euch auch jetzt noch mal ein paar mehr Punkte mitgeben können mit diesem sich selbst kennenlernen. Weil es ist schön, wenn wir uns selbst kennen und wir dürfen uns selbst kennen und zelebrieren und akzeptieren. Aber da gehen wir noch, da machen wir noch ein bisschen mehr die Woche auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf und jetzt erst mal euch einen schönen Abend. Danke nochmal, dass ihr eingeschaltet habt, dabei wart und bis morgen macht's an Uhr. ? Mua! 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 Untertitelung des ZDF, 2020